Hallo Leute, ich denke mal, dass ich mit dem heutigen Projekt die optimale Lösung gefunden habe, um Massivholz platzsparen zu lagern, aber auch im gleichen Maße Plattenware sicher und platzsparen lagern zu können. Bleib gerne am Video dran, am Schluss siehst du selbstverständlich, wie ich das System halt eben belade und wie man an das Holz noch drankommt. Und wenn du in der Schreinerei arbeitest, leite gerne mal das Video weiter, das ist nämlich wirklich ein richtig cooles System, das habe ich so noch nirgendwo gesehen. Also ihr habt es jetzt schon erfahren, es geht um das Massivholzlager. Ich habe so ein ganz kleines Massivholzlager, das ist ein ganz kleines Krag am Regal, das war die ganze Zeit schon so nur ein Provisorium, weil halt eben nicht genug Material reinpasst, weil man das Holz nicht genug trennen kann, das bedeutet, man muss immer viel Holz bewegen, um an das Holz dran zu kommen, was man eigentlich braucht. Und das Ganze soll halt eben jetzt optimiert werden, damit ich wieder mehr Platz in der Werkstatt habe und aus dem Grund haben wir erstmal das ganze Holz genommen, haben es mit dem Stapler geladen und haben es einmal nach draußen gestellt. An der Stelle will ich wieder betonen, wie glücklich ich über diesen Stapler bin, denn der erleichtert so viel. Ich kann mir gar nicht mehr vorstellen, dass ich das ganze Zeug früher von Hand vom LKW abgeladen habe, von Hand aufgeladen habe auf die Maschine. Das war oftmals ganz, ganz schwer und echt gar nicht mal so sicher, weil wenn so eine Bohle runterfällt und die halt eben vor die Stahlkappe fällt, ist alles blöd. Hier seht ihr übrigens auch noch so ein kleines Überbleibsel von der alten Werkstatt. Da haben sich mehrere Stahlmatten angesammelt für diverse Metallprojekte. Ich habe sie nicht wirklich benutzt, deswegen haben wir sie jetzt genommen und haben sie erstmal ins Außenlager verfrachtet, damit das dort weiter stehen kann. Und genau hier hat halt eben auch das Projekt angefangen. Mein Ziel war es mit dem heutigen Projekt, Plattenware so lagern zu können, dass es sicher ist, man gut an das Material auch rankommt und dass man halt auch eben wirklich sehr, sehr viel Material unterbekommt. Denn so wie es aktuell hier in dieser Videoaufnahme gezeigt wird, so ist es nicht so ganz richtig. Man kann Material lagern, der Karren ist sehr, sehr stabil, aber wir haben zwei wesentliche Probleme. Das erste ganz, ganz große Problem ist die Sicherheit. Da ist keine Sicherung dran, so Plattenmaterial kann rumkippen. Ist mir auch tatsächlich einmal passiert, war ganz schön uncool. Ach Gott! Und das nächste Problem ist halt auch eben, dass man nicht wirklich gut an die Plattenware drankommt und so kommen wir wieder zum ersten Problem. Wenn man dann versucht, an eine Platte ganz hinten im Stapel zu gelangen, dann muss man immer alles kippen und das ist oftmals eine halbe Tonne Material, was da drin steht. Wenn das kippt, dann kippt es, dann sollte man auch einfach aus dem Weg gehen, denn das kann man nicht mehr aufhalten. Sollte man auch nicht, das ist viel zu gefährlich. Weil hier dieser Plattenwagen steht, hat sich hinten der zweite Eingang zu meiner Werkstatt so ein bisschen zu einer Müllhalde entwickelt, weil man nicht gut drankommt. Da ist das große Regal für allerlei Dinge hier aus der Werkstatt. Man feuert da alles hin, es ist kein schöner Ecken und es ist eigentlich cool. Man hat einen zweiten Eingang, den man ja vielleicht gut nutzen könnte für die Abfälle, zum Beispiel direkt in den Anhänger zu entsorgen. Das war hier aber so nicht möglich, weswegen ich Massivholz und Plattenlager in einem Projekt kombinieren wollte. Hier ein klitzekleiner Plottwist. Von der ersten Videoaufnahme bis zu dieser Videoaufnahme, wo ich das Material auspacke, diese Rechteckprofile, sind ungefähr zwei bis drei Wochen entstanden, weil halt eben das Material nicht lieferbar war. War ein bisschen ärgerlich, weil das Holz halt eben draußen ein bisschen nass geworden ist. Seht aber später, wie ich das gelöst habe. Ist nicht schlimm, wenn Holz ein bisschen nass wird. Man muss dem Holz einfach ein bisschen Zeit geben, sich wieder zu akklimatisieren und vor allen Dingen wieder ein bisschen zu trocknen. Für das heutige Projekt benutze ich 60x30x2 Profile. Die scheinen erstmal recht dünn zu sein, aber 60x30x2 ist wirklich sehr, sehr stabil. Das ist eine gute Kombination zwischen Leichtigkeit, Kosteneffizienz, weil es nicht so teuer ist, ohne halt eben Stabilität, weil wenn da was rausreißt, das muss schon ganz schön schwer sein. Und das halten die Schweißnähte auf jeden Fall aus. Danach ging es an den Zuschnitt. Das war relativ viel. Ich habe alle Profile zugeschnitten. Am Anfang habe ich einen Tester geschweißt. Das hat gut ausgesehen, deswegen konnte ich danach alles einmal zuschneiden. Ich gebe euch hier einmal eine grobe Kostenaufstellung, was das Ganze gekostet hat, falls ihr eine Schreinerei habt und ihr sowas nachbauen möchtet. Die Kragarmregale habe ich recht günstig auf Kleinanzeigen gefunden, mit den vier Trassen, wo halt eben Holz eingelegt werden kann. Die sind im Verbund mit vier Stück, sind die auf insgesamt fünf Tonnen belastbar. Also ein Kragarm hat 150 Euro gekostet. Auf Kleinanzeigen, ich habe vier Stück gekauft. Und dann musste ich natürlich noch ein bisschen Stahl kaufen, das waren ungefähr, ganz, ganz ungefähr, zwischen 300 und 500 Euro, weil noch ein paar Stäbe übergeblieben sind, plus Steuer. Also könnt ihr sagen, dass das Projekt irgendwie um die 1000 Euro gekostet hat. Bei Kragarmregalen lohnt es sich wirklich, ein bisschen mehr Zeit reinzustecken. Dann findet man auch ein paar günstige Angebote, weil die können manchmal schon recht teuer werden. Die sind bei mir übrigens drei Meter hoch. Das passt bei mir gut rein. Die Halle hier ist ungefähr dreieinhalb Meter hoch. Das ist mal zum allerersten mal passiert, ich habe vergessen, das Gas zuzudrehen. Geil. Tatsächlich war das mein erstes Mal, wo ich vergessen habe, das Gas zuzudrehen. War ein bisschen ärgerlich. So ein Glück war die Phase sowieso bald ganz leer, aber hat halt eben bedeutet, dass das Projekt nochmal ein bisschen verzögert wurde. Für euch als Kosteninformation, die Füllung Gas hat knapp 100 Euro gekostet. Das hier ist ein Holzkanal, deswegen gehe ich jetzt bei diesen Metallarbeiten nicht so krass in die Tiefe, was die Ampere angeht und was irgendwas anderes noch angeht. Ich gebe euch nur ein paar Randinformationen, falls ihr das Ganze nachbauen möchtet. Ich habe zunächst die Oberseite gepunktet, dann auch direkt die Seite, damit sich das Rohr nicht so stark verzieht. Danach habe ich das Ganze rumgedreht und habe es halt eben durchgeschweißt. Dazwischen habe ich ab und zu die Diagonale gemessen. Da war wir ungefähr auf einem halben Zentimeter genau. Das ist in dem Fall genau genug. Als weitere Information noch für euch. Ich habe hier keinerlei Schweißnahtvorbereitung betrieben. Das bedeutet, ich habe die Profile zugeschnitten, habe sie zusammengelegt und habe das Ganze direkt verschweißt. Mir war klar, dass wegen der Zunderschicht auf dem Material öfters zu Spritzern kommen kann, was in dem Fall aber auch okay ist. Die Schweißnaht halten trotzdem sehr, sehr, sehr gut. Das ist gerade am Anfang, wo es dann ab und zu ein bisschen doller spritzen kann oder es zu ein paar Problemchen kommen kann. Aber der Rest der Naht ist wirklich, wirklich gut. Hat halt eben sehr viel Zeit gespart. In dem Fall war es aber nicht wichtig, dass die Naht schön aussieht. Die soll einfach nur groß, stark und stabil sein. Gerade bei solchen größeren Projekten, das habe ich bei dem letzten Projekt gemerkt, das war das Solar-Balkon-Kraftwerk, was ich gebaut habe. Das ist schon der Wahnsinn, wie viele von diesen Schweißdrahtrollen man bei solchen Projekten halt eben durchhaut. Das war jetzt in kürzester Zeit schon die nächste Rolle, die ich angebrochen habe. Für dieses komplette Projekt ist ungefähr eine ganze Rolle Schweißdraht übrigens draufgegangen. Was bauen wir hier eigentlich gerade? Im Prinzip bauen wir hier nur die Hinterkonstruktion, wo später die Plattenware drin gelagert werden kann, auf zwei Ebenen in zwei Größen. Das bauen wir hier gerade im Prinzip. Dieser Halter sieht doch im Prinzip so aus, dass wir einmal zwei Befestigungspunkte an der Wand haben und drei Befestigungspunkte an den Krag am Regalen selbst. Und an der Stelle, wo ich diese Halteplättchen festgeschweißt habe, habe ich auch tatsächlich zum ersten Mal in eine ganz, ganz frische Schweißdraht reingegriffen. Ich hatte Kopfhörer auf wegen der Lärmbelästigung und als ich die einzelnen Abstände der Halteplättchen gemessen habe, greife ich so nach hinten und der Schmerz kommt nicht so schnell im Kopf an, wie man denken könnte, denn ich habe die Hand wirklich draufgelegt und dann so, was ist denn das? Heiß, heiß, aua, aua. Und dann habe ich die Hand weggenommen, die ziehen meinen Finger so aus. Das sind tatsächlich keine Blasen, das ist einfach nur ganz hart. Hat aber gut wehgetan. Vielleicht fragt ihr euch, warum schweiße ich diese kleinen Halteteile auf dem Boden? Ich habe doch so einen schönen Schweißtisch. Das hat auch zwei Gründe. Ich habe das Ganze in erster Linie auf dem Boden geschweißt, weil hinten in der Metallecke derzeit sehr, sehr viel Unordnung ist, weil halt eben wegen diesen Räumungsarbeiten sehr viel Material rumgeräumt wurde. Da wollte ich einfach nicht schweißen, weil da zu viel Gedönsrumgelege hat, was halt eben brennen könnte. Dort auf dem Boden war meterweise außenrum Platz, sodass da halt eben nichts hätte passieren können. Und der zweite Grund war tatsächlich, wegen dieser Unordnung war es sehr, sehr aufwendig, das Schweißgerät wieder rüberzuräumen, dass ich halt eben an dem Schweißtisch arbeiten kann. Und deswegen, wie gesagt, habe ich mich dazu entschieden, auf dem Boden das Ganze zu machen. Aber Ziel für dieses Jahr ist es, diese Werkstatt hier durchzuorganisieren, dass sowas natürlich auch möglich ist. Nur dann macht das Arbeiten Spaß, wenn man weiß, wo alles hingehört und das dann halt eben auch benutzt werden kann. Denn Unordnung ist echt ganz schön schlimm in der Werkstatt, finde ich. Danach ging es so langsam an die Montage. Also, ich will hier ein paar Dinge klarstellen. Die Hinterkonstruktion ist nicht dafür verantwortlich, dass das Krag am Regal stabil steht. Das Krag am Regal muss in sich stabil stehen. Dafür sind vier große Ankerpositionen am Boden vorhergesehen. Das sind Schlagbolzen, die halt eben in den Boden geschlagen werden und festgezogen werden. Das bedeutet, das Krag am Regal steht in sich stabil und sicher. Die Hinterkonstruktion wird lediglich mit der Wand und dem Krag am Regal befestigt, damit die Hinterkonstruktion, was halt eben das Plattenlager ist, damit das stabil steht. Das ist nicht abhängig voneinander. Das muss jeweils in sich stabil sein. Das will ich dir einmal klarstellen. Wenn das dann jetzt jemand schreibt, oben ist nur ein Ankerpunkt für das Krag am Regal. Also, wenn oben dieser eine Ankerpunkt das Krag am Regal halten soll, dann hat man das System eh nicht verstanden. Das Krag am Regal ist in sich stabil und kann so benutzt werden. Die Hinterkonstruktion verbindet nur die Wand mit dem Krag am Regal. So ist es im Prinzip aufgebaut. Das werden sicherlich einige auch nicht wissen, wenn ihr so ein Krag am Regal aufbaut. Das ist ein abgenommenes Krag am Regal. Das bedeutet, wenn das mal geprüft wird, dann ist das alles okay, weil das ist von der Firma gefertigt, wurde entsprechend geprüft und hat eine eingetragene Traglast. Diese Traglast gilt aber auch nur, wenn man den Abstand vom einzelnen Krag am Teil zum nächsten Krag am Teil. Dieser Abstand darf nicht überschritten werden. Das heißt, es gibt einen Abstand vom Krag am Regal zu Krag am Regal. Das waren bei mir 60 Zentimeter. Das haben wir eingehalten. Das heißt, wenn das Ganze jetzt jemand prüfen sollte, sollte eigentlich alles in Ordnung sein. Es ist sicher auf dem Boden montiert. Die Abstände passen, sodass halt eben das, was der Hersteller garantiert, was dieses Krag am Regal halten kann, dass das halt eben eingehalten wird. Sollte also eigentlich alles passen. Ist natürlich langfristig wichtig, falls das halt irgendwie mal geprüft wird. Hier seht ihr, dass ich hinter dem Krag am Regal noch etwas schweiße. Da sind Zwischendrenner angebracht, weil meine Standardplattenmaße sind ungefähr 1,40 Meter hoch. Das sind MDF-Platten, die halbiert sind. Die sind 2,80 Meter lang, halbiert also 1,40 Meter. Ich habe unten 1,45 Meter Platz und oben ebenfalls. Das bedeutet, auf zwei Ebenen kann ich dieses Material halt eben lagern. Ich habe diese Halter erst im Nachhinein eingeschweißt, damit ich halt eben abhängig von dem Boden zu den einzelnen Krag am Regalen, dass ich das alles in einer Flucht schweißen kann, damit man die Platte halt eben einfach reinschieben kann. Deswegen habe ich das jetzt erst geschweißt. Und so sieht das Ganze halt eben jetzt aus. Wir sehen hier das Krag am Regal mit dem ganzen Holz, was halt eben jetzt schön eingeladen ist. Ich will hier betonen, das ist ein bisschen zu viel Material, denn ich hätte immer gerne eine Position frei, damit ich Hölzer tauschen kann und ich halt eben alles anpassen kann, wie es halt eben brauche. Das Ganze ist jetzt recht gut gefüllt, muss jetzt aber auch einiges verarbeitet werden, dass da wieder ein bisschen Platz für neues Holz frei wird. Alles schön aufgeräumt, Einständer ist noch übrig. Unten sind ganz, ganz viele Stapelleisten, falls ich mal Holz nehmen möchte und möchte das hier auf den Boden legen, da habe ich hier direkt große Kanthölzer, damit ich das halt auch eben tun kann. Hier seht ihr noch ein paar Stapelleisten. Zu betonen ist nämlich, dass zwischen allen Bohlen jetzt Stapelleisten sind, weil das Holz draußen gelagert war. Draußen haben wir natürlich eine andere Feuchtigkeit, dazu hat es ja in den letzten Wochen sehr, sehr stark wieder geregnet, weswegen das Holz teilweise ein bisschen nass wurde. Das Holz, was für die Schneidebretter ist, habe ich auch in der Werkstatt gelagert. Das Holz, was für reguläre Projekte geeignet ist, und jetzt nicht direkt verarbeitet werden muss. Das habe ich draußen gelagert, weil es aber halt eben ein bisschen nass geworden ist, sind jetzt überall Stapelleisten dazwischen gekommen. Ist generell gut zum Akklimatisieren, auch für Kammer getrocknete Ware, die nicht nass wurde, damit die halt eben hier schön zirkuliert wird von Luft. Ihr wisst, was ich meine. Das oberste Fach kann ich gerade so noch benutzen, ohne dass ich mit dem Stapler die Decke berühre. Dort habe ich jetzt eben Material gelagert, was ich nicht so oft benutze. In dem Fall sind es bei mir, weil ich mehr mit Holz mache, die Metallprofile, die noch übergeblieben sind. Die haben jetzt mal einen schönen Platz gefunden. Ein absolutes Highlight in dem Fall ist das integrierte Plattenlager, was sich hinter dem Krag am Regal befindet. Der Vorteil hier ist halt eben, dass wir jetzt durch die Platten durchblättern können, ohne dass das Ganze rumfällt. Die Platten bleiben so schön gerade und man hat eine optimale Ansicht, was man halt eben hat. Ich habe auch hier die Platten direkt markiert, die kurz sind. Das K steht für kurz, die anderen Platten sind alle regulär lang. Wir haben Platz für Großformatplatten und für halbierte Formatplatten, also halbierte Großformatplatten. Dafür haben wir jetzt jeweils Platz. Hier sehen wir jetzt den kompletten gewonnenen Platz. Ich habe schon einiges ausgemistet. Das Metallregal ist jetzt wieder schön leer. Der Boden wird langsam wieder frei. Da muss natürlich noch rumgeräumt werden, aber hier dieser komplette Platz war vorher belegt. Jetzt habe ich schön viel Platz dazu gewonnen. Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich brauche ein bisschen Kirschholz, dann ist das idealerweise separat gelagert. Das Holzlager ist, wie ich es angesprochen habe, im Moment noch recht voll. Ich will das ein bisschen verkleinern, damit ich wirklich Holzsorte für Holzsorte trennen kann, damit man immer den idealen Zugriff hat. Ich hole jetzt mal das Kirschholz runter und dann sehe ich, wie das aussieht. So einfach geht es. Das ist ein absolutes Upgrade, gerade wenn ich hier alleine etwas mache. So komme ich jetzt gut ans Material dran. Direkt daneben ist die Pendelsäge, damit man das Holz halt eben vorformatieren kann, wenn es dann eben in die eigentliche Holzwerkstatt geht. Ich will hier an der Stelle noch betonen, dass wenn hier irgendwie was ein- und ausgeladen wird, dass das hier ein absoluter Tabubereich ist für jeden, der in der Werkstatt mal sein könnte. Bedeutet, wenn ich hier was rein- oder rausnehme, darf hier keiner stehen. Weil wenn so ein Stück Holz hier runterfällt, kann es noch auf die Seite fliegen und dann kann es halt eben jemanden schwer verletzen. Da bin ich auch recht penibel drin. Und da mag ich es auch nicht, wenn da irgendjemand sich darunter herlungert, gerade wenn man hier so ein kurzes Stück lagert, da hat einfach niemand was dann drunter zu suchen. In erster Linie war das Massivholzregal für mich wichtiger, deswegen ist das hier eine praktische Lösung. Zwei Dinge könnte man optimieren. Das erste Ding ist halt eben, gerade hier bei dem unteren Fach, da sind die schwereren Platten drin, da könnte man eine Siebdruckplatte unten reinlegen, dass man sie noch einfacher reinschieben kann. Bei der zweiten Stütze klemmt die Platte manchmal ein bisschen, es funktioniert aber trotzdem wirklich wunderbar. Ihr seht es. Und das zweite, was man halt eben noch optimieren könnte, wäre, dass man eine kleine Rolle unten dran packt, aber ich sage mal, ihr seht es ja selbst, es funktioniert gut und wenn man dann noch irgendwie einen Plattenwagen hat, dann kann man das auch ohne weiteres, hier seht ihr, hier klemmt es ein bisschen, aber dann kann man folgendes tun, dann kann man es ein bisschen anlipfen und kann es dann halt trotzdem gut reinstellen. Es hat eine kleine Rolle vorne, wird es noch vereinfachen, aber dafür verarbeite ich eh nicht so viel Plattenware. Wo ich gespannt bin, ist diese große Platte hier hinten, die ist sehr, sehr groß und recht schwer. Ob ich die alleine rausbekomme, kann ich euch nicht sagen, aber ich werde es jetzt eh erstmal nicht gebrauchen. Ist aber trotzdem schön, wenn man sich die Möglichkeit offen hält, dass man auch größere Platten wunderbar lagern kann. Das funktioniert jetzt hier ganz gut und ist also somit eine gute Lösung. Hier hat sich an der Stelle dann auch sehr, sehr viel getan. Sehr viel Platz ist wieder frei geworden, was das Arbeiten einfach schöner hier drin macht. Das hier soll nämlich der neue Staplerparkplatz werden und in diesem Sinne wünsche ich euch einen tollen Tag. Ciao.